die ich mir vielleicht ein laufweg freihalten können aber aber wir haben das auch merkt er wird nirgend von den runden anzahlen nicht aber ich finde es wird immer in die schwierige rechte sind was sagst du wo möchte ich nur damit laufen das ist mir natürlich dass beide scheiße ja weil wie gesagt die Waffen sind wenn die Waffen andersrum verteilt dann wird es funktionieren also dann beziehungsweise hätte man nicht solche Probleme habe ich das Gefühl aber du musst eh Glück haben mit den Abwürfen dass das alles passt wenn du First Room machst hier weil es bringt es ja nicht dass du dich dauernd umbringen musst wenn du da einen Abwurf hast obwohl so ein Sentinel Team das ist schon ich weiß nicht ob das alles gescheatet ist oder sonst irgendwas ich kann mir das nicht vorstellen ja aber wenn verstehe ich auch nicht warum das dann so geschnitten ist weil man lässt es ja wenn dann trotzdem weiter laufen oder nicht auch wenn man down geht ja das schaltet ja zwar automatisch um sondern zu dem anderen aber das ist ja dann auch mit drauf das ist ja kein richtiger Cut das ist halt ein Ingame Cut und der springt ja sofort auf den richtigen Charakter ja ich mute mich mal in kurz kleinen Moment es ist immer Atlas es schwingt nach Zombies komm schon wir müssen die anderen finden aber Björn jetzt am Anfang sollten wir das verlassen was sagt versuchen dass einer down geht der andere rüber weil wegen den Abwürfen ach so ja dann willst du rüber oder wo möchtest du ich wäre lieber hier wegen der MK 14 ok dann geh ich rüber kein Problem also zum anderen Ende der Runde oder was ist ja eh nix jetzt mein Laufen in Brüderung das noch ok das geht halt schnell am Anfang das ist ja wenn du hier drauf kletterst und darüber springst wenn man es schafft du kannst nach werden sie wenn ich es schaffe kann man sich trotzdem mal hier drauf zauern alter vorm wieder keiner übrig bleibt auch so schon geschützt gut eine Einladung von Justin sorry Justin, wir haben Zombie zocken und du bist hier wer ist denn Justin? Kumpel von dir? ja, außen klar noch, oder auch vom PSN hier ein Kumpel ne, ist ja immer noch ein bisschen was anderes ich geh doch schnell da oben, ne? ja, warte bitte, sonst sind wir mal so viele Köter mach doch mal ein bisschen nid hier du hast keine Lust zu schießen, du hast die Zigarette noch an, ne? ne, das ist voll cool aber echt schade, dass man da nicht hochkommt, wenn man die Falle da oben anmachen könnte, ey, das wäre so hilfreich, ne? mhm alles klar oh 3 4 ich bin gleich selber dauner einer ist noch da, ne? leg dich mal hier drüben hin oder beziehungsweise ist ja egal wo du stößt, ich stell mich mal da drüben hin dann ok ich muss ja kurz warten ey, was für'n Kackvieh nicht schießen würden ich schieß gegen die Wand ach so, sorry der hält sich nicht fest an der Ecke ok na wieder nicht ach scheiße, ich hätte ihn hier töten sollen, ne? Mann, ey, entschuldige sag mir das nächste Mal nochmal Bescheid, bitte erinnere mich nochmal dran wenn du dran denkst ja roter wichser kommt schon die rennen so schnell, ne? ja volle muni und feuerbefehl volle muni kommt, ist auch da, ne? ja also werft deine Nähe aus nochmal nachladen er hat mich alles gleich hoch ich hab noch ein da kommen noch welche oh ich wurde gehauen von der Seite einer noch? ja zwei ja denk da dran, ne? am Zaun ja ich bin jetzt dauernd ja ich bin jetzt dauernd ja alles klar ja ok ja 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 es kommen sie ja 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 ohne dna bombe wie schick ist das denn wo kriegst du noch diese weg mann so ein kack ist eh noch nicht so wichtig diese noch nicht auch kummer super mario sind ja einige können ja richtig scheibenwäsche hat du noch ich guck gerade ich sehe keinen ach da kommt er exo anzug beforderlich erfordert strom es 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 Was ist das? alter wo schießt du denn durch durch die wände geiles das sind gewähren das hat durchschlagskraft juni und jetzt kommen keine abwürfe platziere ich den am besten auch mann am besten sofort oder auch nicht keine ahnung nur laufen nicht nach hinten gucken vielleicht läuft so einfach besser mit den und die stempel sowieso alle drei minuten eine ab die sind schneller die hauen nicht dann auch von hinten muss einfach nur mit der pistole laufen kriegen wirklich nicht ich krieg angst sie kriegt ein fortzendet eine eigentlich nächen kohler machen wir nicht und scheiß jetzt das ist ja ganz schön viele einfach ach es ist runde ist durch die durch siehst du wir haben es geschafft ich hoffe man die bombe kommt bei dir gleich ja dann kannst du das sind die themen nehmen ja ich weiß nicht ob die hier durchkommen wo ich habe sogar ja du weißt wie sie ist nicht leben sie dir immer nur eine hacke ich stelle mich dabei oder gehen oder weiß dann mal bei mir ist immer so ein kleben sommer numieren hatte wenn du jemand an das sind hilfe braucht nur bei mir natürlich wollten starten weiß ich noch nicht hätten wir lieber auf falls du sie gleich brauchst weil ich gehe glaube ich dauern jetzt ja ich töte die aber schon mal die atlas leute ich krieg mal hin zu den scheiß ich bin da und die kommen nicht zu mir durch ne warte ich versuche mal dahin zu kriegen zu bekommen da kommt einer ja ja ich krieg den entgegen vielleicht retten sie mich ja die schaffen es nicht mehr es kommt keiner durch oder schafft das schafft das kommen wir kommen 1 nein er rennt vorbei und geht zur bombe und er geht nicht mal zur bombe er rennt zu dir zurück scheiße geschützt verloren alles und jetzt bin ich bei dir ja jetzt bin ich bei dir halten doch schalte mit der weg nur drüben bohren können schade egal sein wenn man drüben richtig jetzt kommt runde 11 würde ich mal sagen er und sehen sie wird ach so scheiße jetzt kommen die bombeer hierüber wieviel hast du schon getötet noch gar kein ruf das ist jetzt kommt noch gar nichts ja ich hätte möglich die runde beenden das ist so glücklich ich weiß nicht bringt ja eh nix drüben ist vergiftet was solchen ja aber wenn die runde vorbei schalte ich habe keinen mehr wollen wir den aufheben soll ich dann mal runterspringen so noch zwei jahr sprechen oder was schon wieder ja dann mache ich gleich zu kommen ja ich spreche leiser schmerz tut mir leid ja ich weiß es geht mir auf den sack hier also einfach drecksbude alter ja alles klar danke schön dir noch einen schönen abend noch viel spaß wir haben uns verbessert ich brauche nie das ja ist klar bleibt der hänge mit dem kopf ist der behindert oder was ich stand gewahr richtig dran also eine scheiße oder drohne gleich mal liegt dem panik dahin dann ja so viele oder hast du da durchgekommen bist du hast du aber viele weggewichst damit jetzt kann ordniger du schaffst das doch aus dem ausgleichen nur das dingen haben alter schwede jetzt werden sie aber schnell aber richtig sammeln jetzt ein das ist der knaller ist ja fast so vorbei oder jetzt wollen sie alle auf einmal wieder von hinten ich kann aber trotzdem kann man auf jeden fall das kannst du richtig gut auch haben mein bruder kann das auch richtig generell unten in der kanalisation und ich halte der rennt da unten guck mal wo ich bin ich wieder aufgeteilt ja man hier bekomme ich was für mein kass ich habe auch schwierig hier oben aber ich bin das halt vom bo2 gewöhnt ok von taun ich habe ja auch nicht der wenn ich so spreche ich frage ob man mich versteht wenn ich so spreche ja ja ich verstehe nicht gut ich bin schon da tut mir leid ich bin das nicht gewohnt dass man nur einmal gehauen wird oder zweimal wurde ich ja gehauen aber ich versuche noch ein bisschen durchzuschießen ein treffer von zehn ja aber alter nimmt die drohne doch schnell ich kann mich gerade nicht auch hast du gesehen der gang ist aufgegangen ja ja mann aber das war bestimmt ein bug warum nimmst du die drohne denn nicht schade die hätte bestimmt noch ein bisschen geholfen aber gucken wir schon mal runde 12 das heißt wir haben schon mal ein verwertbares video aber runde 12 kommen wir dahin auf platz fünf und die anderen beiden teams gehen auf platz sechs ich bin gleich wieder da wir haben jemanden verdrängt wollen wir noch ein bisschen weitermachen da wolltest du das schon benutzen bis gleich ja ich werde auch mal schon mal kurz beenden und bin ich sofort wieder da ja